Herzlich willkommen bei Good Old Times. Vergesst nicht zu abonnieren und nun viel Spaß mit dem Hörspiel Sophie Dorn, ein Rosenstock. Ja, bitte. Kommissar Kemper? Im Ruhestand. Kommissar. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Ob ich, ähm... Es ist auch schon eine Weile her. 21 Jahre. 21... Also, wenn man alt wird, funktioniert das Gedächtnis nicht mehr so gut. Ach, helfen Sie mir doch. Marin Söderwin. Söderblum. Na so was. Die kleine Marin? Ja. Also, das ist eine Überraschung. Kommen Sie doch herein. Bitte legen Sie ab. Danke. Mein Gott. 21 Jahre. Die Zeit rennt davon. Damals waren Sie vier oder fünf. Vier. Ich hatte gerade meinen vierten Geburtstag gefeiert. Ein paar Tage davor. Vor... Ja, ja. Ja, kommen Sie doch jetzt mal herein. Ja. So, herein in die gute Stube. Bitte nehmen Sie Platz. Schön haben Sie es hier. Gemütlich. Deutsche Eiche. Vielen ist das zu rustikal, aber ich mag das. Sie sammeln Briefmarken? Wie? Äh, ach so, ja. Ja, das Hobby eines pensionierten Beamten. Das passt doch, oder? Ja. Aber ich würde es mal schnell wegräumen. Das macht so einen unordentlichen Eindruck. Ach bitte, Herr Kemper. Machen Sie sich doch wegen mir keine Umstände. Aber nein, nein. Was darf ich Ihnen anbieten? Kaffee, Tee, Bier oder einen Schnaps vielleicht? Wenn Sie vielleicht ein Glas Mineralwasser hätten. Aber natürlich einen Augenblick. So. So. Zweimal Mineralwasser. Danke, Herr Kemper. Auf Ihre Gesundheit. Gesundheit. Tja. Sie ahnen vielleicht, weswegen ich hier bin? Na, ich kann es mir denken. Diese alte Geschichte. Aber so düstere Sachen sind doch nichts für eine junge Frau. In Ihrem Alter, da sollte man das Leben in vollen Zügen genießen. Sind Sie schon verheiratet? Nein, noch nicht. Aber Sie haben einen Freund, ne? Ach Gott, was frage ich denn da? Ich halte Esel. Und natürlich hat ein so hübsches Mädchen einen Freund. Also, dann verbannen Sie doch diese dunklen Gedanken aus Ihrem Kopf. Das habe ich vor. Na also. Aber dafür brauche ich zuerst Klarheit. Marin. Ich darf Sie doch Marin nennen, oder? Ja. Ja, gut. Und. Also, Marin. Ich verstehe voll und ganz, dass Sie diese Geschichte bedrückt. Es war ja auch eine ganz furchtbare Tragöne. Entsetzlich. Wir alle, die wir, Ihren Vater und Ihre Mutter gekannt haben, wir waren wie vor den Kopf geschlagen. Sie schienen doch ein richtig glückliches Paar zu sein. Und ich bin sicher, Sie waren es auch. Es wurde vermutet, ich sage absichtlich vermutet, dass es überhaupt keine Beweise gibt, dass... Dass meine Mutter einen Liebhaber hatte und mein Vater sie, als er davon erfuhr, getötet hat. Mit Zyankali. Bevor er sich selbst damit vergiftete. Bei der Obduktion hat man festgestellt, dass Ihre Mutter das Gift etwas länger im Körper hatte als Ihr Vater. Er war der beste Pathologe, den die Kriminalpolizei je hatte. Verantwortungsbewusst, fachlich, überdurchschnittlich begabt und als Mensch absolut integer. Genau wie Ihre Mutter. Und Sie, Sie waren der Sonnenschein. Ach ja. Man hat nie herausgefunden, wer dieser angebliche Liebhaber war? Nie. Nein, man weiß nicht einmal, ob es einen gab. Irgendein Journalist hat das wahrscheinlich erfunden, um die Auflage zu steigern. Ich selbst habe es keine Sekunde glauben können. Ihre Mutter war nicht so eine... Ich meine, Sie hätte Mann und Kind nie sitzen lassen. Nie. So einer war das nicht, aber... Aber warum... hat er... sowas getan? Wo ist das Motiv? Ich glaube, ich... Ich brauche einen Cognac. Nach so langer Zeit wühlt mich diese Geschichte immer noch auf. Wollen Sie auch rein? Nein, vielen Dank. Ich bin so harte Getränke nicht gewöhnt. Sie sagen, Sie wollen Klarheit. Aber die gibt es nicht in diesem Fall. Ich habe die Untersuchung ja damals geleitet. Ja, darum bin ich ja auch zu Ihnen gekommen. Wäre es denn nicht vielleicht möglich, dass ein Dritter... Nein, 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 nein. Da muss ich Sie enttäuschen. An diesem Abend waren nur Ihre Eltern und Sie im Haus. Türen und Fenster waren verschlossen, das Dienstmännchen wohnte außerhalb. Sie kamen immer morgens und ging am Abend, außer Ihre Eltern hatten Gäste, dann musste sie länger bleiben. Sie hatte einen Schlüssel, doch den trug sie immer bei sich am Schlüsselbund. Ihr Alibi war hundertprozentig. Wasserdicht. Sie war an diesem Abend mit ihrer Gymnastikgruppe zum Essen. Ich wollte die arme Frau nicht verdächtigen. Das Gift wurde in den zwei Whiskygläsern gefunden, aus denen Ihre Eltern getrunken hatten. Wohlgemerkt, nur in den Gläsern. Nicht in der Flasche. Also kann auch niemand im Laufe des Tages das Gift beigemischt haben. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diesen Abend? Das Telefon läutete eine Ewigkeit lang. Es hat mich aufgeweckt und klingelte und klingelte. Schließlich stand ich auf und ging in das Arbeitszimmer meines Vaters. Hallo, wer ist da? Waren, mein kleiner Schatz. Hier ist Tante Astrid. Bist du noch nicht im Bett? Doch, ich war im Bett. Und dann hat das Telefon so laut geklingen. Da bin ich dann wach geworden. Oh, entschuldige, mein Schatz. Wo ist denn Mutti? Weiß nicht. Ruf sie doch mal her. Und dann marsch wieder ins Bett. Ja, Tante Astrid. Das ist lieb von dir. Ich bin ja auch schon ein großes Mädchen. Aber natürlich bist du das, mein Schatz. Und um noch größer zu werden, musst du auch gleich wieder ins Bett und schlafen. Ja, Tante Astrid. Und jetzt ruf Mutti. Ja, ich ruf sie. Mutti. 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 Tante Astrid? Ja, Marin. Mutti schläft. Jetzt schon. Ist doch erst halb neun. Ist... Ist Vati da? Vati schläft auch. Im Wohnzimmer. Mutti auf dem Sessel. Und Vati auf dem Boden. Was? Marin. Marin, hör jetzt genau zu. Ja? Tante Astrid kommt sofort. Ich klingle und rufe und du machst mir auf. Aber nur mir. Hast du verstanden? Marin? Hast du mich verstanden? Tante Astrid kam und gleichzeitig der Notarzt, den sie benachrichtigt hatte. Aber leider kamen sie zu spät. Ihre Tante und ihr Onkel haben sie dann an Kindestadt angenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, sie nahmen mich auf. Und bald darauf gingen wir ins Ausland. Onkel Leo war Botschaftsattaché. Wir kamen viel rum in der Welt. Malila, Bangkok, Amman, Ottawa. Onkel Leo verstarb letztes Jahr. Das tut mir leid. Tante Astrid und ich wohnen jetzt im Tessin. Oh, nicht schlecht. Und jetzt haben Sie einen Abstecher hierher gemacht und sich vorgenommen, die Vergangenheit noch einmal aufleben zu lassen? Ach, nein. Es ist nicht nur eine momentane Laune von mir oder eine kindische Sentimentalität. Es ist dieser Traum, den ich als Kind hatte und der mich jetzt wieder verfolgt. Und dieser Traum steht in direktem Zusammenhang mit dem Tod meiner Eltern. Das fühle ich. Das fühlen Sie oder das wissen Sie? Ich fühle es. Hm. Was ist das für ein Traum? Ich träumte die ersten zwei, drei Jahre nach dem Tod meiner Eltern jede Nacht denselben Traum. Ich erinnere mich nicht mehr an die Bilder, aber an die Worte. Jetzt träum ich es wieder, seit einem Vierteljahr. Diesen Kinderreim. Was für ein Kinderreim? Es ist albern. So viel Dorn, ein Rosenstock. So viel Haar, ein alter Bock. So viel Lois, ein Pudelhund. So viel Jahre, bleib gesund. Hm. Merkwürdig. Aber ich kann da gar keinen Zusammenhang entdecken. Ach ja, ich kann es auch nicht erklären, aber es steckt etwas dahinter. Ich würde Ihnen gerne helfen. Wenn ich könnte. Wie hieß die Angestellte, die wir damals hatten? Oh, da muss ich nachdenken. Moment mal. Moment, ich hab das gleich. Bertha. Ja. Bertha Wächtermann. Und sie wohnte in der Schillerstraße 8. Sie haben ein fantastisches Gedächtnis. Ja. Danke. Ja, aber früher war es noch besser. Wie alt mag sie jetzt sein? Na, so um die 80, schätze ich. Ich werde sie aufsuchen und mit dir reden. Ja, ja, Moment, Moment. Wer weiß, ob sie überhaupt noch in der Schillerstraße wohnt. Und sind Sie mit dem Wagen da? Ja, nein, ich bin mit einem Taxi gekommen. Dann werde ich Sie entfahren. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Ich möchte Ihnen helfen. So gut ich kann. Ich glaube zwar nicht, dass viel dabei herauskommt, aber ich habe jede Menge Zeit, seit man mich pensioniert hat. Die kleine Marien. Gott, wie die Zeit vergeht. Eine richtige Dame ist sie geworden. Tja. Aus Kindern werden Leute. An Kindern kann man sehen, wie alt man geworden ist. Ja, die Zeit macht vor keinem Halt. Frau Wächtermann, Sie haben doch früher bei uns gearbeitet. Und gerne, sehr gerne. Die gute Berta hat ihre selige Frau Mutter immer zu mir gesagt. Und die arme Frau, so jung zu sterben. Frau Söderblum möchte etwas über die Tragödie von damals erfahren. Naja, die arme Herrschaft. Können Sie mir etwas darüber erzählen? Ich? Aber ich habe schon damals alles dem Kommissar hier erzählt. Herr Kemper, ich habe Ihnen doch alles erzählt. Ich bin eine alte Frau, die keinem etwas getan hat. Ich sage nichts mehr. Ich bin in Rente. Nicht viel. Aber für mich reicht es. Ich brauche nicht viel und will nicht viel. Ja, ja, Frau Wächtermann. Sie hatten doch einen Schlüssel, Frau Wächtermann. So hieß es damals. Ich bin eine alte Frau und habe alles gesagt. Eine alte Frau bin ich. Marien, das hat keinen Sinn. Lassen Sie uns gehen. Tja, also ich möchte mich verabschieden, Frau Wächtermann. Sind Sie auch Doktor geworden? Wie Ihr Herr Vater? Nein. Wie kommen Sie darauf? Als Sie noch ein Kind waren, wollten Sie unbedingt Doktor werden. Und jeden gesund machen. Auch wenn man nur einen kleinen Schnupfen hatte. Gesund machen? Ja, wie Kinder so spielen. Und dann haben Sie immer so was Nettes gesagt. Es hat sich sogar gereimt. So viel Dorn ein Rosenstock, so viel Haar ein alter Bock, so viel Lois ein Pudelhund, so viele Jahre bleibt gesund? Ja, ist das nicht hübsch? So seien Sie nicht enttäuscht, Marien. Man hat ihr damals Fragen gestellt, die wohl bei ihr den Eindruck unterließen, die Polizei würde sie verdächtigen. Und bei jemandem wie Frau Wächtermann löst so ein Gedanke selbst nach 20 Jahren noch Panik aus. Naja, das kann ich ja verstehen. Niemand ist gern verdächtig. Sagen Sie, hat denn die Polizei wirklich angenommen, sie hätte etwas damit zu tun? Aber nein, keine Spur. Die Sache mit diesem Kinderreim, die bedrückt Sie, ne? Ja. Ach, nun machen Sie sich doch darüber keine Gedanken. Wäre Ihnen dieser Kinderreim unbekannt, hätten Sie auch nicht davon träumen können. Dort ist mein Hotel. Ah ja. Herr Kemper, ich belästige Sie mit meinen Problemen. Aber nicht doch. Ich habe Ihre Eltern gut gekannt und Sie haben mir als Baby das Schakettnass gemacht. Das verbindet doch, oder? Ach, das habe ich getan. Ja, ich weiß es noch wie heute. Sie machten Ihre ersten zaghaften Gehversuche. So ein paar tapsige Schritte und schon fiel sie hin. Der Länge nach auf den Boden und die Tränen sind geflossen. Und da habe ich Sie aufgerohlen und beruhigt. Ja. Und als Dank haben Sie mir dann... Naja, Sie wissen schon. Ich danke Ihnen. Wofür? Fürs Beruhigen. Und... Ach, darf ich Sie vielleicht noch zu einem Drink einladen? Oh, da sage ich nicht nein. Da vorne links ist die Bar. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Maren. Tante Astrid. Maren. Da bist du ja. Tja. Und du auch. Herrn Kemper kennst du sicher noch? Aber ja. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Frau Gilbert. Gleichfalls. Wir wollten in der Bar etwas trinken. Kommst du mit? Natürlich. Ich bin dir nachgereist, weil ich mir Sorgen mache. Das ist eine blühende Fantasie. Zu blühend manchmal, wenn du mich fragst. Hast du dir auch hier ein Zimmer genommen? Ja. Leider nicht neben deinem, aber auf demselben Stockwerk. Nummer 512. Mhm. Und Sie, Herr Kemper, sind pensioniert und betätigen sich jetzt als Hobby-Detektiv? Tante Astrid. Ich habe Herrn Kemper heute aufgesucht und er war so nett, mich zu begleiten. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Ach ja. Stell dir vor, wo wir waren. Bei Frau Wächtermann. Bei wem? Bertha Wächtermann. Sie war die Hausangestellte ihrer Schwester. Ja, stimmt. Die dicke Bertha. Sie kannte den Kinderreim. Maren, hör bitte auf. Das sind doch alles Hirngespinste. Natürlich kannte sie den Reim. Du hast ihn als Kind ja oft genug aufgesagt. Ach, davon hast du mir nie etwas erzählt. Obwohl du wusstest, dass ich diesen Traum habe. Damit du dich nicht aufregst. Deine Logik. Machen Sie ihrer Tante keine Vorwürfe. Sie will doch nur das Beste für Sie. Sie sehen etwas erschöpft aus, Maren. Das kommt davon, aber nicht auf mich hören wollen. Ja, ich bin noch ein bisschen erschöpft. Letzte Nacht konnte ich kein Auge zumachen. Dann geh auf dein Zimmer und leg dich hin. Tja, ich bin eine schlechte Gastgeberin, Herr Kemper. Da lade ich Sie auf einen Drink ein und dann... Herr Kemper hat sowieso fast ausgetrunken. Und für einen zweiten Drink ist es noch zu früh am Tag. Tante Astrid. Gehen Sie ruhig und ruhen Sie sich aus. Wenn Sie mich brauchen. Anruf genügt. Danke. Und jetzt verschwinde. Und schlaf ein bisschen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seit einem Jahr bist du Witwe, habe ich gehört. Ja. Also, wenn du willst, können wir etwas in Erinnerung schwelgen. Kein Bedarf, Walter. Ich habe absolut kein Interesse mehr an dir. Das war mal anders. Ich sage es dir noch einmal, Walter Kemper. Ich habe kein Interesse an dir. Und ich verbitte mir weitere Anregerungsversuche. Pech. Wie du mittlerweile weißt, hat Marin den Traum wieder. Und ist entschlossen, ihm auf die Spur zu kommen. Aber sie kann sich nur an diesen Reim erinnern. Noch. Aber was ist, wenn sie sich wieder an den Rest erinnert? Das kann man verhindern. Hoffentlich. Unser kleines Geheimnis bleibt uns erhalten. Ja. Also dann... Ja, was ist. Gehst du schon? Ja. Okay. Dann werde ich mich auch verkrümeln. Und denk da, Hein Walter, für dein Schweigen wurdest du gut bezahlt. Barkeeper. Warten Sie noch einen Wunsch? Nochmal dasselbe. Und sagen Sie, wer war die Dame, die eben mit dem älteren Herrn hinausgegangen ist? Die Dame mit dem fliederfarbenen Leinenkostüm und der Herr mit dem braunen Anzug? Mhm. Keine Ahnung. Habe ich noch nie hier gesehen. Nochmal dasselbe, sagten Sie? Ja. Man erlebt doch immer wieder Überraschungen. Wie mein? Ach nichts. Ich führe Selbstgespräche. Tja, wenn einem sonst keiner zuhört. Moment noch. Alexander, du bist auch hier? Ich bin auch hier. Na, komm rein. Machst du dir auch Sorgen um mich und denkst, ich spinne? Erstmal, hallo Liebling, hallo Alexander, wie geht es dir? Gut und dir? Na, entschuldige. Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Das hört sich schon viel besser an. Ciao, mein Schatz. Ciao. Übrigens, Tante Astrid ist auch hier. Ja, ich weiß. Die unvermeidliche Tante Astrid. Sie wohnt zwei Zimmer weiter. Wenigstens nicht nebenan, mit Verbindungstür. Da wohne nämlich ich. Du hast dir auch ein Zimmer genommen? Ja, meine Absicht war eigentlich, bei dir einzuziehen, aber da Tante Astrid die Herrschaft über das Hotel angetreten hat, halte ich mich lieber streng an die Etikette. Na, Tante Astrid mag dich, Alexander. Das spürt man. Sie kriegt sich gar nicht mehr ein vor Liebenswürdigkeit. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ein ehemaliger Schulfreund von mir hier in der Stadt wohnt? Sein Name ist Sebastian Lasco. Er ist Journalist. Wenn du willst, kann er dir helfen. Ach, das wäre nicht schlecht. Die Zeitungen haben damals sehr viel gedruckt. Tante Astrid hat aber keinen Artikel aufgehoben. Er könnte sich ja alles aus dem Archiv voraussuchen. Vielleicht findest du da einen Anhaltspunkt. Sebastian sitzt übrigens unten, an der Bar. Kommst du mit? Ich möchte ihn dir vorstellen. Ach, ein anderes Mal, Alexander. Um die Zeitungsartikel könntest du ihn auch allein bitten. Ich bin todmüde. Kurz bevor du kamst, hatte ich mich hingelegt. Da komm ich, Töpe, und wecke dich auf. Ich werde mal nach dem guten Sebastian sehen, bevor die Hotelbar plündert. Ich habe ihm nämlich meine Kreditkarte gegeben. Oh, dieser jugendliche Leichtsinn. Oh, Tante Astrid. Sollen wir sie reinlassen? Ach, das müssen wir doch. Marin, mein Kind, ich wollte nur sehen, ob du schläfst. Du hättest sie aufgeweckt, um dann zu fragen, ob sie schläft, liebste Tante Astrid? Alexander Münster, vorlaut wie immer. Wohnst du etwa hier? Du meinst hier, im Zimmer einer ledigen Dame? Natürlich nicht. Ich habe mein eigenes Zimmer. Das gehört sich auch so. Ich habe etwas gesagt, was deine Zustimmung findet, Tantien. Das erste Mal in meinem Leben. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, darf ich die Damen zu einem Abendessen einladen? Oh, ich bin todmüde. Ich wengel nicht, mein Herz. Bis heute Abend kannst du dich noch ausruhen. Als ich so alt war wie du, habe ich nächtelang durchgetanzt. Alexander, du hättest sie auch nicht aufwecken sollen. Ja, Tante Astrid. Also gut, ich komme. Aber ich lade einen Bekannten ein. Deine Freunde sind auch meine Freunde. Wen? Herr Kemper war so nett zu mir. Das wäre eine gute Möglichkeit, mich zu revanchieren. Du hast in meinem Hotel bar einen Trink bezahlt, das reicht. Er war ein Freund meines Vaters. Er war nie ein Freund deines Vaters. Dieser Kemper wollte es gern und hat sich bei euch eingeschlichen. Aber schließlich war er doch ein bisschen zu gewöhnlich für unsere Kreise. Tante Astrid, du bist ja ein richtiger Snob. Besser Snob als Mob. Besser krumm als dumm. Euch macht die Neckerei vielleicht Spaß, aber ich bin müde. Wenn es dein Wunsch ist, diesen Herrn einzuladen, dann tu es. Ja, das habe ich auch vor. Dann kann ich euch auch Sebastian, meinen Freund, vorstellen. Du hast einen Freund? Ja, doch, den ein oder anderen. Also, sagen wir halb neun? Halb acht wäre mir lieber. Acht Uhr. Tschüss, Sebastian. Tschüss, Alex. Sag mal, kennst du eine Frau Anfang 50? Blonde, kurze Haare, sehr schick. Fliederfarbenes Leinenkostüm. Astrid, Marens Tante. Warum fragst du nach ihr? Sie saß mit deiner Verlobten und diesem Kemper hier an der Bar. Maren kannte ich von dem Foto, das du mir gezeigt hast, und Kemper aus Zeitungsberichten. Aber diese Dame war mir unbekannt. Was weißt du über Kemper? Nichts Gutes. Man sagt von ihm, dass er sich mehr zum Gauner als zum Polizisten eignete. Es wurde ihm nie etwas nachgewiesen, aber alle wissen, dass er seine Finger überall drin hatte und sich ordentlich schmieren ließ. Maren scheint ihn zu mögen. Warten wir ab. Um acht wird er mit uns zu Abend essen. Da bin ich aber gespannt, ob Kemper und diese Tante Astrid weiter Komödie spielen. Was meinst du damit? Ich saß hier auf meinem Platz und die drei saßen zwei Barhocker neben mir. Maren ging ziemlich bald. Sie war müde, ja. Ein Glück, dass ich so unscheinbar bin und als Ausgleich über ein exzellentes Gehör verfüge. Weiter. Kemper und die Dame duzten sich auf einmal. Es schien, als hätte zwischen den beiden früher ein intimes Verhältnis bestanden. Er wollte wohl wieder anfangen, aber sie fuhr ihm vehement in die Parade. Was ich durchaus verstehen kann. Deshalb wollte sie nicht, dass er mit uns diniert. Es kommt noch besser, Alexander. Trink einen Schluck und halt dich fest. Sie sprachen davon, dass Marin von einem Kinderreim träumt. Ja, weswegen sie auch die ganze Geschichte wieder aufrollen will. Das habe ich dir doch alles erzählt. Ja, ich weiß. Die beiden wollen nun verhindern, dass Marin sich auch an den Rest des Traumes erinnert. Verhindern? Warum bloß? Das wäre doch die Lösung. Meine Güte, Alexander, stell dich nicht so blöd an. Marin war am Todestag ihrer Eltern im Haus. Was immer sie an diesem Tag erlebt hat, ist in ihrem Unterbewusstsein versteckt. Als Kind hat sie davon geträumt, ohne die Bedeutung zu erkennen. Dann war Sendepause. Jetzt beginnt es von Neuem. Bisher ist nur ein Teil des Traumes zurückgekehrt, der Kinderreim. Wenn der Rest nachzieht, wird sie mit dem Verstand einer Erwachsenen die Sache erfassen können und vielleicht eine Antwort finden. Und wie es scheint, will das weder Kemper noch ihre Tante. Vielleicht war es nicht Mord und Selbstmord, sondern Doppelmord. Kemper hat auch damals Geld von ihr bekommen. Schweigegeld. Ich kann das nicht glauben. Astrid Gilbert. Eigentlich mag ich sie ganz gern. Ich habe mir übrigens im Archiv die alten Berichte angesehen. Keine brauchbaren Hinweise, nur Vermutungen. Niemand weiß nichts. Könntest du die Berichte kopieren? Marin würde sie gerne sehen. Das kann ich schon. Kein Problem. Glaubst du, Marin ist in Gefahr? Das wäre durchaus möglich. Kemper? Oder ihre Tante. Sie ahnen nicht, dass wir Bescheid wissen. Das ist ein Vorteil für uns. Darf ich vorstellen? Sebastian Lasko, mein Freund. Ein sehr begabter Journalist. Guten Abend. Und das ist Frau Gilbert, von mir respektlos Tante Astrid genannt. Sie sind also Journalist? Foyetot? Lokalredaktion. Er weiß, wer in dieser Stadt Leichnen im Keller hat. Alexander, bitte. Und das ist Marin Söderblom. Die Frau, die sich bereit erklärt hat, mich zu heiraten. Mündliche Zusagen sind nicht bindend. Jetzt fehlt mir noch Herr Kemper. Er wird sicher gleich kommen. Wenn man vom Teufel spricht. Guten Abend allerseits. Komme ich zu spät? Nein, nein, Sie sind pünktlich. Sie sehen bezaubernd aus, Marin. Danke. Und Sie natürlich auch, gnädige Frau. Danke. Herr Kemper, darf ich Sie mit meinem Verlobten bekannt machen? Alexander Münster. Ah ja, der Gastgeber. Das freut mich, Herr Münster. Und mich erst, Herr Kemper. Sebastian Lasco, ein Freund von Alexander. Herr Kemper, wie interessant Sie mal persönlich kennen zu lernen. So. Herr Lasco ist Journalist in der Lokalredaktion. Von ihm ist der Pulitzer preisverdächtige Artikel über die hier ansässigen Kleintierzuchtvereinung. Ha ha. Aber jetzt wollen wir erst einmal Platz nehmen und bestellen. Herr Ober. Übrigens, Marin, ich habe Sebastian gebeten, im Zeitungsarchiv zu stöbern und alle Artikel, die sich mit dem Tod deiner Eltern befassen, zu kopieren. Ich werde sie Ihnen morgen bringen. Ach, das ist sehr nett. Ich finde es ungeheuerlich, Alexander, dass du Fremde in unsere Familienangelegenheiten einbeziehst. Mord ist keine Familienangelegenheit. Bitte, Alexander. Stimmt's, Herr Kemper? Nein, nur, Tantin. Nervös. Natürlich bin ich nervös. Bei so einem Tischgespräch. Das gehört sich nicht beim Essen. Herr Lasco bringt mir morgen die Kopien und ich bin schon sehr gespannt darauf, sie zu lesen. Und basta. In den Zeitungen. Da stehen doch nur verdammte Lügen, die sich sensationsgierige Journalisten ausgedacht haben. Schmierfinke. Das Wort Schmierfink, kommt das nicht von Schmieren? So wird es wohl sein, Alexander. Aber das ist doch ein etwas unergiebiges Tischgespräch. Auch auf die Gefahr hin, dich zu langweilen, Tante Astrid. Gibt es etwas, was deiner Meinung nach nicht bekannt werden darf? Etwas, woran sich Maren auf keinen Fall erinnern soll. Alexander. Was bezweckst du mit diesen Andeutungen? Willst du Maren gegen mich aufbringen? Also das möchte ich auch gern wissen. Sebastian? Ich habe etwas recherchiert. Im Dreck gewühlt. In unserem Archiv. Das war zwar interessant, aber nicht aufschlussreich. Na bitte. Interessant und aufschlussreich war hingegen das Gespräch, das ich heute Nachmittag in der Hotelbar gehört habe. Heute Nachmittag? Ja, Sie, Maren, sind bald gegangen, sodass Frau Gilbert und Herr Kemper allein zurückblieben. Und dann hörte Sebastian ein wirklich bemerkenswertes Gespräch. Erstmal ist es eine Ungeheuerlichkeit, fremde Gespräche zu belauschen. Er blufft doch nur. Meinen Sie, Herr Kemper? Wofür? Zum Beispiel haben Sie von Frau Gilbert Geld bekommen. Sie sagten doch, er wurde für sein Schweigen bezahlt, Frau Gilbert. Hat er Beweise verschwinden lassen in Ihrem Auftrag? Haben Sie vielleicht mit Kempers Hilfe Ihre Schwester und Ihren Schwager vergiftet? Ja, aber Tante Astrid war doch gar nicht im Haus. Ich habe sie nicht vergiftet. Walter Kemper und ich waren einmal für kurze Zeit ein Liebespaar. Eine sehr kurze Zeit, möchte ich noch mal betonen. Als die Tragödie passierte, war ich schon mit meinem späteren Mann Leo verlobt. Aber Kemper lungerte immer noch im Haus meiner Schwester und meines Schwagers herum. Man ist fast über ihn gestolpert. Hat sich ständig als guter Freund angeboten. Und in dieser Nacht brauchte ich ihn als Freund, der den Mund hält, und als Polizist, der sich mit Verbrechen auskennt. Herr Ober, ein Kognak. Was sollte vertuscht werden? Ich wollte den Namen der Familie reinhalten, das war alles. Den Namen der Familie reinhalten? Was gab es da reinzuhalten? Sie waren tot und das war nicht mehr zu ändern. Ach, du verstehst nichts. Ich wollte doch nur, dass sie unter akzeptablen Umständen gefunden werden. Und dabei hat mir Kemper geholfen. Aber das ist doch lächerlich. Wir kommen nicht weiter. Ich werde wohl doch noch Dr. Wismuth anrufen. Den Oberstaatsanwalt? Genau den. Ihren Widersacher oder Gegner? Nun, das ist sicher nicht nötig. Walter Kemper, wenn du deinen Mund aufmachst, soll dich der Teufel holen. Der holt uns alle mal. Bei ihm treffen wir uns wieder. Wenn ich richtig aufgepasst habe, dann werde ich jetzt die Wahrheit erfahren? Unter einer Bedingung. Welcher? Es bleibt alles unter uns. Ich will keinen Ärger nachträglich. Ich schlage vor, wir gehen in mein Zimmer. Da sind wir am ungestörtesten. Von mir aus. Ich verstehe. Wenn schon, dann erzähle ich. Bitte. Als ich ankam, war es schon zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ich steckte Maren sofort ins Bett, damit sie von all dem nichts mitbekommt. Und dann musste die Polizei gerufen werden. Deshalb rief ich Kemper an. Was sagten Sie zu ihm? Ich sagte, dass die beiden tot sind. Wahrscheinlich Gift, sagte der Arzt. Kemper kam sofort. Seine Mitarbeiter ungefähr eine halbe Stunde nach ihm. Ist das üblich? Nein, das ist nicht üblich. Ich habe es aus Rücksichtnahme getan. Wem gegenüber? Der Familie Söderblum. Ich dachte, vielleicht war es so ein Unfall. Dann erspare ich allen eine Untersuchung. Er fand Fingerabdrücke auf den Gläsern und auf der Flasche. Durch das Pulver konnte man sie mit bloßem Auge erkennen. Er verglich sie mit denen der Toten, die stimmten überein. Ja, das ist ja wohl logisch. Sie haben ja auch aus den Gläsern getrunken. Tante Astrid, du willst wieder ablenken. Es waren Fingerabdrücke von drei Personen darauf. Von dreien? Ja. Ich habe sie abgewischt und die Fingerabdrücke ihrer Eltern neu draufgedrückt. Wer war die dritte Person? Das waren Sie, Marien. Jetzt ist es raus. In der Küche fand ich einen Löffel. Es waren noch Reste des Giftes zu sehen. Und ihre Fingerabdrücke. Kind. Marien. Kind. Hättest nicht etwas sanfter sein können, Alexander? Komm. Komm, mein Kind, ich bring dich nach nebenan in Alexanders Zimmer. Nein. Komm, komm, beruhige dich. Lass mich. Lass mich allein. Komm. Komm erst mal wieder zu dir. Sie will allein sein. Ist das gut? Wir sind ja hier, wenn sie ruft. Sie wollte die Wahrheit hören. Na, bitte. Warum sollte ein Kind von vier Jahren seine Eltern umbringen? Es war ein Unfall. Marien spielte immer Doktor. Ihr Vater war das große Vorbild. Nachdem Kemper Mariens Fingerabdrücke beseitigt hatte, ging ich in ihr Zimmer. Sie sagte, Vati und Mutti wären krank und sie wollte sie wieder gesund machen. Krank? Nichts Ernst. Nichts Ernstes, eine Erkältung. Marien tat das Gift in die Gläser. Sie hielt es für eine Medizin und füllte mit Whisky auf, der Schlaftrunk für ihre Eltern. So viel Dorn, ein Rosenstock, so viel Haar, ein alter Bock, so viel Leus, ein Pudelhund, so viele Jahre, bleibt gesund. Meine Schwester und mein Schwager tranken abends öfter ein Glas Whisky. Ich erkannte natürlich die Tragweite des Geschehenen. Ein Kind ist nicht strafmündig. Trotzdem hätte Marien mit dem Wissen, ihre Eltern getötet zu haben, nie unbeschwert leben können. Also versuchte ich hier, die Sache mit dem Gesundmachen auszureden. Stattdessen redete ich hier eines, war ein Traum, ein böser Traum. Und das war es auch lange Zeit. Nach ein paar Jahren vergaß sie auch diesen Traum. Ich war überglücklich. Vor ein paar Wochen nun fing es wieder an. Ein Teil des Traums kam zurück. Sie erinnert sich an den Reim, den sie aufsagte, als sie das Gift in die Gläser tat. Einer erwachsenen Frau kann man nichts mehr ausreden, wie einem kleinen Mädchen. Aber sie wollte der Sache auf den Grund kommen. Genau deshalb sitzen wir hier. Woher hatte sie das Gift? Mein Schwager hatte ein kleines Laboratorium in seinem Arbeitszimmer, mit allen möglichen Giften. Sehr leichtsinnig. Vor allem, wenn ein Kind im Haus ist. Wem hätte es genutzt, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen wäre? Woher weiß ich, ob das alles stimmt? Ich habe alles mit angehört. Es stimmt. Ich erinnere mich wieder ganz genau. So viel Dorn, ein Rosenstock. So viel Haar, ein alter Bock. So viel Leus, ein Pudelhund. So viel Jahre, bleib gesund. Ich muss damit fertig werden. Am besten fange ich gleich damit an. Kann ich etwas für dich tun? Ich möchte jetzt allein sein. Ich bleibe bei dir, wenn du willst. Nein, nein, bitte geht. Alles gut. Es tut mir alles so leid. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Versuch ein bisschen zu schlafen. Das werde ich. Gute Nacht. Gute Nacht, Marianne. Gute Nacht, Alex. Gute Nacht. Gute Nacht. ... Conne Nacht. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020